Wie war das Deutschland? Moment, ich muss ja jetzt einen Text machen. Wo bin ich denn jetzt? So please, if you recognize the importance of GNU-PG, then what should you do? Was ist er developed in New Keydesk? Ach, in New, ah? Ich finde das interessant, dass du nicht weißt, was du getan hast. Nicht die Seite, die, genau. Da steht ein Stück fett Koffee drauf. Das stimmt. Ja, das Problem ist, dass ich wieder mit der rechten Hand gestikulieren und dann, wenn ich den so mache, das ist... Das ist egal, man muss jetzt durch. Ich muss mit links gestikulieren. Du musst irgendwas machen, dass Koffee vorne steht. Ja, ganz egal. So ist es. Then we will increase the size of our team and donate them to helping other projects in the GNU-PG Community. Dedicate them. But... Can't we donate developers? We want to make sure the Apple Mailer is released. Once GBG is ready. But actually... Shit. Ja, es ist gut. Ich bin auch müde. 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 Ein letztes Mal und bitte. Sie wollen nicht, dass ihr das Zeile gekriegt. Lauter! Sex, zwei, eins! Sex und ihr Support! Nochmal, da war ich nicht bald. Nochmal! Nochmal. Drei, zwei, eins! Sex und ihr Support! Untertitelung des ZDF, 2020